Was ist die Afro-Germann? Damit kann ich mir dann, was auch immer ich brauche, anmischen. Genau an dem Punkt setzen wir an. Wir versuchen jetzt eine Datenbank aufzubauen. Das sind ja wir. Wir müssten ja... Wenn wir einen Computer eingehen könnten, könnten wir sagen, ey, ich bin umgezogen. Der Bereich Flüchtlinge, Asylsuchende. Ich denke, wir brauchen diese Wunsch, wir haben einen Einzelnen. Das ist seit ca. 1900 Jahren. Und diese ist die Central-Physion der Modernität. Auch seit 18 September. Sie muss beforst und tave the way. Amen. Amen.